Nein, es ist noch immer mitten in der Nacht, wie mir scheint. So, Inigo, du meinst, du kannst mich outrunnen? Na dann los. Folge mir. Wie ist die Welt da gerade da? Wie ist die Welt da? Das war mir so und wir treffen uns im Hafen. Keine Ahnung, warum kommst du nicht selber auf ein Pferd rauf? Ich meine, ich kann mich irren, aber theoretisch müsste die doch alle über Pferde verfügen, oder? Ich steig mal kurz ab, Leute. Begleiter, Befehle, Unsichtbarkeit, halt an, relax, zurück. Sonstiges. Äh, okay. Äh, d-d-d-zurück. Abbrechen. Ähm. Ja, vor allem dieses Funkeln, das sie haben. Ist auch nicht leicht, das hinzukriegen. Ich weiß noch nicht mal, ob ihr das überhaupt seht. Bei dieser dummen YouTube-Konfirmierung. Übrigens Telani, ja. Ich dulde das, aber auch nur aus dem Grund, weil du mal für uns fast gestorben bist. Und du bist die Dame hier in unserem Kreise. Aber sonst wäre ich stinksauer, dass du dir mein Pferd geschnappt hast. Ich seh's schon, ich muss für euch auch Pferde kaufen. Setzt sie sich einfach auf mein Pferd? Hab ich irgendwas entdeckt? Nö. Müssen wir aufpassen, dass uns die Stadt nicht auf den Kopf fällt. Wie spät ist denn das gerade? Zwei Uhr morgens. Ich würde mal sagen, ich gehe in den Swingern ins Gieber und penne mal bis morgen durch. Wenn ich hier irgendwo den Eingang wieder finde. Ah, da ist er ja. Ohne. Ohne. Ich MARCUS! Ohne. Zum Teufel! Todeshund? Na komm, Vampirmeister! Gut, jetzt habe ich wieder beide Klingeln. Was war das denn gerade? Amethyst, Eisenschwert, Münzen, Rot-Vadonen-Ritterumhang, ziehe ich an. Vadonen-Handschuhe, die sind offenbar besser als meine, ziehe ich auch an. Rot-Vadonen-Mütze, die ziehe ich ebenfalls an. Das nehme ich nur mit. Die Stiefel ziehe ich mal auch an. Nee, wahrscheinlich werde ich die gleich wieder ausziehen. Vampirstaub, Zaubertrank der Heilung. Ach, die nehme ich trotzdem mit. Wir legen einen Fehler in dieses Augen. Komische Augen habt ihr. Hundefleisch. Todeshunds Halsband. Das würde ich gerne irgendjemandem umlegen. Guck dir mal dieses Vieh an, wie das aussieht. You are amusing yourself, yes? Ich trage schon wieder zu viel. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, siehste, Rot-Vadonen-Stiefel war eine dumme Idee, die anzuziehen. Schoppenstiefel ist auch doof, wenn ich mir das mal richtig ansehe. Nee, doch nicht. Ich sehe wieder meine Füßchen, das ist das Wichtige. Ich glaube, ihr fasst diese Rot-Vadonen-Haube würde Telani auch ganz gut stehen. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Allgemein, ich werde ja mal den ganzen Krempel aufdrücken und gucken, ob sie diesmal vielleicht irgendwas davon haben will. Hä? Hier, Nordarmschienen, du kennst das Spiel doch. Ich sollte vielleicht langsam mal irgendwie... Es wäre geil, wenn man hier Kategorien festlegen kann. Irgendwie neue Items im Inventar oder sowas. Achso, ich wollte... Ich bin direkt hinterher. Was soll ich nehmen? Ich wollte dir doch meine Mütze geben. Dann wollte ich dir alle anderen Mützen wegnehmen, weil du wirst die wahrscheinlich mal wieder... Typ. Wie viel Fußware du hast, ist ja auch feierlich. Also du hast den Fellhelm. Der hat 23. Was hat denn dieses Rot-Vadonen-Ding? 26. Also alles... Größer 26 nehme ich dir mal weg. Aha. Du hast das also nur, weil es eine schwere Rüstung ist, nehme ich meine. Ja, danke. Zu gütig, dass du dir dieses Ding aufgesetzt hast. Lass dich mal kurz beäugen. Weitermachen. Eigentlich wollten wir jetzt den Zwingern ins Geber, oder? Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden, um sich in einen zu verwandeln. Du warst ganz schön blutig, wenn ich das... Wenn ich das mal anmerken darf. Ich bin immun. Natürlich nur, weil ich so eine spezielle Rasse bin. Das liegt überhaupt nicht damit zusammen, dass ich auch Wehrwolf bin. Gebe ich den Zwingern ins Geber erreicht habe, ist morgen. Naja, vielleicht finde ich trotzdem noch irgendwas, was hier irgendwo, weiß nicht, Pfeile, die in den Übungsanlagen feststecken oder sowas. Okay, wie viel, wie viel zu schwer bin ich? Ich werde jetzt kein Hundefleisch essen, kannst du vergessen. Ich werde jetzt kein Hundefleisch essen, kannst du vergessen. Gebe ich den Zwingern ins Geber. Da war was Unbekanntes. Was war denn da unbekannt? Grassamen. Giftresistenz. Und Bacholderbären. Anfälligkeit für Feuer. Anfälligkeit für Feuer. Okay. Wollte gerade sagen, hier kann man sich auch aufwärmen, aber irgendwie sieht das Feuer ganz schön aus aus. Guck mich nicht so an, als würdest du mich gleich umbringen wollen. Du machst mich nervös. Du wirst mich nicht mögen, wenn ich nervös bin. Tag, die Herren. Nacht. Oder Nacht. Ich sag ja, irgendwo muss es doch hier mal eine Küche oder sowas geben. Oh, ich hab ne super Idee. Beste Idee ever. Natürlich haben wir ne Kochstelle dabei. Ich brauch nur einen Platz, wo ich die platzieren kann. Und hier ist auch ein ziemlich großer Platz. Wir wollten doch sowieso mal die Campingausrüstung sehen. Fragst du jetzt nur Telani? Kannst du das? Ich bin direkt hinter euch. Du musst was für mich tun. Na schön. Was denn? Was? Ich bin immer noch da. Okay. Ähm. Und zwar... Befehl. Nein. Trink meinen Blut. Werbe erschaffen will ich gerade eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Wo war denn das mit dem verdammten... Dings erstellen? Okay. Zurück. Pferde fliehen in den Kampf. Begleiter lösen kann. Guckeregelechsen. Bla 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 bla. Schadenstärker beginnen nie den Kampf. Begleiterkampf. E-Kampf. Hm? Ihr geht vor. Ich folge. Die konnten doch letztens noch so ein Ding, so ein Camp... herstellen, oder? Oder irre ich da? Was ist in deinem Mind? Geh. Lass uns zurückkommen. Bin immer noch da. Oder geht das nur draußen? Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig jetzt hier Menüs zu durchsuchen, aber... Was willst du denn sonst machen? Geh. Blöderweise habe ich aktuell auch nur diesen einen Begleiter, der... mit dem Zeug was machen kann. Ja, ihr seid alle da, ist mir klar. Na okay. Dann halt nicht. Dann gehe ich nochmal kurz vor die Tür und gucke, ob ich draußen vielleicht ein Feuer anmachen kann. Andererseits, wie spät ist es? Bis vier Uhr morgens langsam lohnt sich auch nicht mehr. Ich könnte bei Gelegenheit auch mal wieder nachsehen, ob ich irgendwie... Dingens... wieder irgendwelche Krankheiten habe. Ich wollte ihn gerade anrimpeln, da läuft er einfach durch mich durch. Wie finde ich denn das? Gehört das hier eigentlich irgendjemandem? Leere Weinflaschen? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, dass wir in Einsamkeit sind. Warum zeigest du mir das? Wenn wir Glück haben, sind die Khajiit auch unten. Die haben auch eine Feuerstelle. Wenn wir Glück haben, sind die Khajiit auch unten. Die haben auch eine Feuerstelle. Das hat auch mal eine Feuerstelle, die hat er nur noch keinen preocup.